Wer von euch hat in den letzten 24 Monaten in seinem Computer mal einen Reboot gemacht? Bitte einmal die Hand heben. Also wirklich fast alle. So, und wenn wir uns jetzt einmal vorstellen, dass dieser Computer unser Land ist, Deutschland, und wir uns so stolz und glücklich sind, in diesem Land zu leben, das ist das eine. Aber wenn wir uns umschauen, dann sehen wir das nicht, dass nicht mehr alles nur funktioniert und rund läuft. Wir sehen Dinge wie Brücken, die einstürzen, die Bahn, die nicht funktioniert, aber auch Straßen, die einfach viele Schäden haben. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn wir uns mit der Digitalisierung auseinandersetzen, wenn wir schauen, wo unser Land dasteht. In den Schulen immer noch nicht überall Computer und Programmieren, in der öffentlichen Verwaltung immer noch vieles analog. Und selbst das Internet, viele, viele Löcher in unserem Land. Also wenn wir das alles auf uns wirken lassen, wirklich, während andere Länder auf dem Sprung Richtung Zukunft in die Digitalisierung unterwegs sind, ist bei uns vieles einfach in der analogen Welt stehen geblieben. Und auch sonst, Krisen gehören zu unserem Alltag. Und eine Krise jagt die andere. Zusammengefasst eigentlich der perfekte Zeitpunkt für einen Reboot. Und ich möchte euch heute meine Idee für einen Reboot vorstellen. Und zwar ein Reboot nicht auf den Mustern der Vergangenheit, sondern auf den Bustern der Zukunft. Und zwar einen ganz einfachen Reboot. Einen auf Software. Und am Ende meines Talks möchte ich euch eine Idee geben, wie wir mit einem einzigen Wort diesen Reboot Wirklichkeit werden lassen. Mein Name ist Uwe Samuels. Und ich hatte 13 Jahre die Möglichkeit, eine führende Business School in Deutschland zu leiten, wo wir Manager ausgebildet haben, wirklich ihre Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Und es war mein absoluter Traumberuf, mein Purpose. 600 Unternehmen hatten wir mit über 1.100 Studenten jedes Jahr. Und es war mein Spaß, meine absolute Freude, meine wirkliche Leidenschaft mit diesem Team zusammen, diese jungen Menschen und diese Manager auf die Zukunft vorzubereiten. Es war mein absoluter Traumjob. Bis zu dem einen Tag, von dem ich euch heute erzählen möchte, der mein Life-Changing-Moment war. Es war ein Tag, wo wir wirklich Manager von Axel Springer eingeladen hatten, zu uns zu kommen und zu erzählen, was sie gemacht haben. Sie waren nämlich für ein Jahr in Silicon Valley und wollten wissen, wie die Digitalisierung ihr Unternehmen und ihre Wirtschaft komplett verändert. Sie kamen zu uns und wir haben viel mit ihnen gesprochen. Ein Wort, was sie benutzen, was ich bis dato gar nicht kannte, das war Disruption. Vor acht Jahren war das. Und für mich wirklich die Frage, was heißt das? Und sie erzählten davon, dass sie gezielt eigene Start-ups bauen, um ihr eigenes, originelles Geschäftsmodell anzugreifen und zu disruptieren. Etwas Neues zu erfinden, was in der Lage ist, viel größer und viel skalierungsfähiger die Kundenbedürfnisse zu bedienen. Ich fand das revolutionär und das war trotzdem so neu. Und ich war Geschäftsführer einer Business School und wusste nicht, wovon er sprach. Für mich war das nicht nur ein Life-Changing-Moment, sondern es war auch die Disruption meines eigenen Purpose. Ich hatte verstanden, dass das, was ich glaubte, Manager auf Zukunft vorzubereiten, ja gar nicht stimmt. Deswegen wollte ich wissen, wo kommt unser Mindset her? Wo kommt das ganze Denken und Handeln, wie wir arbeiten? Wo hat das seinen Ursprung? Und deswegen habe ich mich auf die Reise gemacht Richtung Vergangenheit. Ich wollte wissen, was ist die Quelle unseres Erfolges? Und dann landen wir natürlich bei der ersten und zweiten industriellen Revolution in der Mechanisierung und Automatisierung. Das war die Zeit, wo wir unfassbare Pioniere waren und wo wir erfolgreiche Unternehmen hatten wie VW, BMW, BASF und so weiter und so fort. Alles Champion, Neuros. Und diese Erfolge haben natürlich auch das Mindset unserer Wissenschaft geprägt. Und der Begriff, den das Ganze in der Wissenschaft sehr gut beschreibbar ist, ist der Begriff der Linearität. Wir machen eine Sache immer besser. Zwei Prozent, drei Prozent, vier Prozent. Unsere Vorstellungskraft ist es, eine Sache zu beherrschen und sie zu managen. Das war die eine Reise. Und die zweite Etappe, die führte mich in das Land, wo es Silicon Valley ist und wo Axel Springer war. Ich wollte wissen, wie ist dort das Denken und warum ist das so anders? Und ich hatte die einmalige Gelegenheit, wirklich mit führenden Innovationsexperten aus den renommiertesten Unternehmen der Welt zu sprechen. Ob das Google X war, Plug and Play, Stanford University, Singularity University. Und der Begriff, den ich dort gehört habe, zum ersten Mal in meinem Leben gehört habe, das war der Begriff von Exponentialität. Natürlich hatte ich den Begriff schon gehört, aber nicht im Zusammenhang mit Innovation, mit der Skalierung von Geschäftsmodellen. Für mich war das ein völlig neuer Begriff. Und was heißt Exponentialität? Ja natürlich, dass eine Sache von einer Zeiteinheit zur anderen ganz anders wächst als in der Linearität. Sie verdoppelt sich nämlich. Aus eins wird zwei, aus zwei wird vier, aus vier wird acht, aus acht wird 16 und so weiter und so fort. Und was dann passiert, wenn diese exponentielle Kurve, die so langsam anfängt, irgendwann die Lineare trifft, ja dann übersteigt ihr Wachstum, die da Linearen, um ein Vielfaches. Um ein Vielfaches. Und das war sozusagen die Regeln, mit denen dort Innovation getrieben worden ist, nämlich Geschäftsmodelle zu entwickeln, die so skalieren, dass sie exponentiell wachsen. Und was dann passiert? Disruption. Exponentielles Wachstum ist der Grund für Disruption. Und so macht sich das Silicon Valley auf den Weg, deutsche Unternehmen aus dem Markt zu drängen und unseren Platz einzunehmen. Was hat das mit mir gemacht? Ich wollte wissen, wo kommt unser Mindset, unser Denken her? Woher ist es geprägt und wie können wir damit umgehen? Und deswegen wollte ich wissen, wie können wir selber in der Lage sein, so groß zu denken? Moonshot Thinking in großen Innovationen. Und wenn wir uns in der Bildung beschäftigen, dann ist das natürlich überhaupt kein Thema in unserer Bildung. Wir lernen, klein zu denken und noch kleiner zu handeln. Eine Sache zu beherrschen und immer wieder vielleicht in kleinen Stücken besser zu machen. Aber darum geht es nicht mehr. Moonshot Thinking ist wirklich die Antwort auf diese Art, Innovation zu betreiben. Und um dieses wieder zu erlernen, müssen wir wirklich unser Gehirn überhaupt erst mal dafür ready machen. Wir müssen unser Mindset ändern. Und was heißt unser Mindset zu ändern? Das heißt, wir müssen wirklich anders denken. Und um ein Beispiel zu liefern, was das heißt, anders zu denken, möchte ich euch einfach einladen, über 30 Schritte nachzudenken. 30 Schritte zu gehen. Wie weit können wir alle zusammen, jeder einzelne von uns, mit 30 Schritten laufen? Also, unsere Erfahrung sagt, 30 Meter. Und das ist schon die Falle, in die wir laufen. Weil wir denken, wir müssten so laufen, wie wir bisher gelaufen sind. Und wir kommen erst gar nicht auf die Idee, über exponentielle Schritte nachzudenken. Stellt euch vor, wir könnten zusammen exponentielle Schritte gehen. Also ein Meter, zwei Meter, vier Meter, acht Meter. Und wie weit würden wir mit 30 exponentiellen Schritten laufen? Unsere Vorstellungskraft? 25 Mal um die Erde. 25 Mal um die Welt. Und genau das heißt es wirklich, sein Mindset zu ändern, groß zu denken und sein Gehirn neu zu vernetzen. Da gehören zum Beispiel Disruption Challenges dazu, wo wir immer jeden Tag versuchen, eine Sache noch mal größer und noch revolutionärer zu machen als zuvor. Das sozusagen, um unser Gehirn überhaupt ready zu machen für diese neue Zeitrechnung. Und das Zweite, was wir uns gefragt haben, was sind das für Tools, Werkzeuge, mit denen wir in der Lage sind, strategisch zu arbeiten, um exponentielles Wachstum ja auch tatsächlich strategisch zu managen. Und die Frage war, können wir das nutzen, was es in Silicon Valley gibt und einfach für uns anwenden? Natürlich nicht. Zu unterschiedlich sind die Ausgangslagen, zu unterschiedlich sind die ganzen Hintergründe und so weiter. Deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht, um herauszufinden, was können Regeln, unsere eigenen Regeln sein, mit denen wir Exponentialität umsetzen können. Und nach vielen Versuchen, vielen Experimenten, vielen Projekten immer wieder ausprobieren, ausprobieren, versuchen, neu interpretieren und so weiter, haben wir fünf Prinzipien gefunden, die ich euch vorstellen möchte, die die Regel dafür sein können, wie wir selber in Europa, in Deutschland in der Lage sein können, in das exponentielle Zeitalter einzutreten. Und das erste Prinzip ist das des Purpose. Wir müssen uns auf die Suche machen nach einem Better Good. Es geht darum, eine Sache besser zu machen. Das zweite, Open Innovation. Wenn wir uns nicht öffnen, mit anderen Branchen zusammenzuarbeiten, dann bleiben wir in den alten Kategorien, aber Digitalisierung ist eine neue Kategorie. Wir können Dinge vernetzen. Das dritte ist Entrepreneurship. Wirklich eine Haltung zu haben, mit dem wir Maßstäbe setzen wollen und wirklich was Besonderes auf die Beine stellen wollen und nicht nur etwas kopieren, was andere auch schon gehabt haben. Und das vierte natürlich, mit agilen Methoden in der Lage zu sein, mit Kundeninteraktionen sehr schnell zu lernen. Und das fünfte, und das bringt uns hier alles zusammen, das sind die disruptiven Technologien. Sie geben uns ungeahnte Möglichkeiten, Geschäftsmodelle fundamental neu zu denken. Und es gibt so viele Technologien, die gerade jetzt ready sind. Alle haben diese Eigenschaft, exponentiell zu wachsen. Aber da gibt es eine, nämlich AI, die in der Lage ist, das alles zu vernetzen, die daraus nochmal den Superbooster macht. Die in der Lage ist, eine Revolution auszulösen, wie wir sie in der Menschheitsgeschichte vielleicht noch nie erlebt haben. Und die Frage ist, wie können wir diese Five Exponential Principles zusammen mit AI nutzen, um uns selber auf die Reise zu machen, eigene Ideen zu entwickeln, Geschäftsmodelle zu bauen, die so skalieren wie die Unternehmen Silicon Valley und vielleicht noch ein bisschen besser. Und mit dieser Formel, mit den Five Exponential Principles, können wir unsere Geschäftsidee in einen Topf schmeißen, rühren, immer wieder neu ausprobieren, experimentieren, um mit dieser magischen Formel in der Lage zu sein, unsere ganz eigene Vorstellung und Möglichkeit von exponentieller Innovation zu ermöglichen. Und exponentielle Innovation heißt wirklich, nicht nur etwas besser zu machen, wie wir es bisher gemacht haben, inkrementelle Innovation, sondern wirklich Maßstäbe zu setzen und die Welt zu verändern. Was bedeutet das alles für mich? Ich habe mich entschieden, nach vielen Jahren an der Hochschule meinen Weg Richtung Exponentialität konsequent zu gehen. Ich habe die Hochschule verlassen und bin heute Founder des Exponential Innovation Institutes. Wir haben über 100 Firmen bei solchen Transformationsprojekten begleitet und über 100 Startups mit aufgebaut, und zwar mit der Superpower von AI. Das ist meine ganz persönliche Transformation oder, wenn man so sagen will, mein Reboot. Aber was könnte die Idee für unseren Reboot sein? Unser Reboot zusammen, denn ich alleine und wir alle hier, wir sind ein Startpunkt, aber wir sind ganz viele. Wenn wir alle zusammen uns auf den Weg machen, wirklich die Welt erobern zu wollen, AI und Exponentialität zu nutzen, unseren Weg erfolgreich fortzusetzen, von Deutschland aus mit unseren Werten. Dann haben wir unfassbare Möglichkeiten, wie wir sie eigentlich noch nie hatten. Das wäre dann vielleicht auch heute der beste Zeitpunkt, das zu machen, denn die Krisen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, sind möglicherweise sogar der perfekte Zeitpunkt, sein Handeln zu verändern. Krise ist Chance. Never waste a good crisis. Deswegen glaube ich, dass heute der perfekte Zeitpunkt für unseren Reboot, einen exponentiellen Reboot. Und den können wir alle mit einem einzigen Wort starten, das habe ich euch am Anfang gesagt, das möchte ich euch teilen. Dieses einzige Wort heißt Klick. Das ist der Klick in unserem Kopf, den wir einfach nur machen müssen, den Schalter umlegen und loszulegen, indem wir uns auf den Weg machen, mit Exponentialität und AI wirklich die Zukunft zu erobern. Und deswegen habe ich einfach die Hoffnung, dass wir zusammen heute hier gemeinsam alle den Schalter umlegen und jeder nachher in einer Kaffeepause und an seinem Arbeitsplatz, egal ob in seinem Startup, in seinem Corporate oder in seiner Hochschule, den Schalter umlegt und sich auf den Weg macht, die Zukunft der Exponentialität zu erobern. Vielen Dank.